4. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schlesischer Stollen Rezept Nummer 71 aus Praktisches Kochbuch für die Deutschen in Amerika Von Henriette Davides Schlesischer Stollen Man macht von 3,5 Pfund Mehl mit einem halben Quad lauwarmer Milch, 8 Eidottern, gut 2 Unzen Hefe und gut 1,5 Unzen Salz einen Teig, den man im Warmen aufgehen lässt. Arbeitet dann stark ein halbes Quad abgeklärte Butter, ein halbes Pfund ausgesteinte Rosinen, ein Viertel Pfund Zucker, gut 6 Unzen gröblich gestoßene Mandeln, noch einen Esslöffel Hefe und abgeriebene Zitronenschale durch den Teig und lässt ihn nochmals aufgehen. Dann formt man ihn zu einem langen Brot, macht mit dem Messer auf der Oberfläche der Länge nach 2 zackige Streifen, streicht reichlich geschmolzene Butter darüber, backt ihn bei 34 Grad Fahrenheit eine halbe bis dreiviertel Stunde oder schickt ihn zum Bäcker in den Ofen. Ende von Schlesischer Stollen